Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Automagazin TuningBlog. Heute dreht sich alles um ein besonderes Fahrzeug, den Carapate Aventure. Eine stylische Mini-Caravan-Lösung für Abenteurer, die seit 2019 von einem Start-up nahe Nance produziert wird. Bevor wir loslegen, denkt bitte daran, uns ein Abo dazu lassen, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden Inhalte verpasst. Der Carapate Aventure ist ein beeindruckendes Beispiel für moderne Campinglösungen im Retro-Look. Inspiriert von den sogenannten Teardrop-Trailern, die ursprünglich in den USA entwickelt wurden, bringt dieser Mini-Caravan all das mit, was man für einen komfortablen und flexiblen Kurztrip braucht. Mit einem Gewicht von nur 560 Kilogramm ist er nicht nur leicht, sondern auch extrem einfach zu manövrieren und zu transportieren. Das macht ihn perfekt für alle, die gerne spontan und ohne großen Aufwand unterwegs sind. Seine clevere Bauweise bietet ein gemütliches Bett, das sich tagsüber in ein Sofa verwandeln lässt. Optimal, wenn man tagsüber entspannen oder ein Buch lesen möchte. Doch das ist noch nicht alles. Die Küche des Carapate Aventure ist sowohl innen als auch außen nutzbar, was das Kochen unter freiem Himmel zu einem echten Vergnügen macht. Stell dir vor, du kochst mit Blick auf die Natur und genießt gleichzeitig den Komfort eines kompakten und durchdachten Wohnwagens. Das geringe Gewicht von 560 Kilogramm und die kompakten Maße machen den Carapate Aventure zum idealen Begleiter für fast jedes Fahrzeug. Ob mit einem kleinen Auto oder einem größeren Fahrzeug, das Ankuppeln und Fahren ist ein Kinderspiel. Dank seines durchdachten Designs kannst du ihn problemlos auf engen Campingplätzen oder sogar in deiner Einfahrt parken. Die Produktion des Carapate Aventure erfolgt in der Nähe von Nantes, wo das Startup großen Wert auf lokale Fertigung und hochwertige Materialien legt. Das spürt man auch an der Verarbeitungsqualität. Alles wirkt robust und langlebig. Gleichzeitig bleibt das Design zeitlos und schick, was besonders für Fans des Retro-Looks ein echtes Highlight ist. Falls ihr euch also für einen leichten, vielseitigen und komfortablen Mini-Caravan interessiert, könnte der Carapate Aventure genau das Richtige für euch sein. Ob für spontane Wochenendausflüge oder längere Abenteuer, dieser kleine Camper bietet alles, was man für einen entspannten Trip braucht. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal daran erinnern und sein Abo dazulassen, um keine weiteren Tests und Vorstellungen wie diese zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020